Sänger Alvaro Soler hat deutsche und spanische Wurzeln und wohnt aktuell sowohl in Barcelona als auch in Berlin. Deswegen wollten wir von ihm wissen, denkt er eigentlich jetzt auf Deutsch oder auf Spanisch? Auf Spanisch auf jeden Fall. Auf welcher Sprache zählst du? So wie 1, 3, 4, 5, also dieses Jahr. Wenn ich irgendwas zähle oder sowas, sind wir auf Spanisch. Es gibt ein paar Sachen, die ich auf Deutsch denke, aber wenn das Umfeld gerade sehr deutsch ist oder gar kein Spanisch hier ist und ich irgendwas auf Deutsch sagen muss oder sagen will, dann ist es dann direkt auf Deutsch. Also ich glaube, das Gehirn stellt sich dann irgendwie um und im Hard Drive gibt es so die festen Sachen und dann die Sprachen, die man da nicht so gut kann oder sowas. Das ist dann eher schwieriger, muss man dann herleiten oder sowas. Aber mit Deutsch ist schon sehr eingeprägt jetzt, ja. In Italien ist Alvaro schon lange ein Superstar. In Deutschland ist er vor allem durch seine Teilnahme als Jurymitglied bei The Voice Kids und seiner Teilnahme der Show Sing meinen Song bekannt geworden. Deswegen hat er uns erzählt, wie es ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht und international bekannt ist. Berlin war immer für mich eigentlich so ein kleines Hideaway, wo ich immer ich sein konnte und irgendwie wo ich in ein EDK gehen konnte ohne Probleme und sowas. Und Italien ist immer, also Italien ist nicht so leicht. In Spanien wird man halt auch öfters erkannt und so. Und klar, und jetzt fängt so Deutschland ein bisschen an und dann weiß ich nicht jetzt, wo ich hingehen soll danach. Ich bin auch voll gechillt. Ich glaube, am Ende, ich glaube, wenn die Leute mich kennen, dann kommen sie ja nicht kreischend auf mich zu, sondern irgendwie ist es total entspannt und man kann voll das gute Gespräch führen. Ich glaube, in Deutschland sowieso ist es irgendwie ganz interessant, dass Leute viel, also sind viel respektvoller mit dem, mit dem Thema. Die kommen dann zu mir hin und sagen, hey, hey, stören wir gerade, weißt du? Und in Italien ist halt einfach so, hey, komm her, so ein Foto. Das ist halt so eine Skulptur. In Italien ist es schon öfters so, dass man dann irgendwann, das eskaliert einfach sehr schnell. Also du bist vielleicht auf der Straße und dann denke ich, nee, ich kann laufen, das ist 20 Meter, kein Problem. Und dann irgendwie wird man in 20 Metern dann krass geerkannt oder so und gespottet und dann, ähm, auf einmal kommen 50 Leute auf dich zu und dann denkst du, okay. Und dann muss man halt rennen. 2016 hat Alvaro mit keiner geringeren als Pop-Ikone J-Lo einen Song zusammen rausgebracht. Und wie das ist, mit so einem großen Superstar zusammenzuarbeiten, das hat er uns verraten. J-Lo war das erste Mal, wo ich mit, ähm, mit so einem riesen Künstler gearbeitet habe. Und, ähm, und sie war unfassbar. Ich finde am Ende irgendwie so die größten Künstler, Künstlerinnen, mit denen ich irgendwie was gemacht habe, sind die, die bodenständigsten von allen. Das ist irgendwie total schön zu sehen, weil am Ende, ähm, definiert sie, äh, dieser Aspekt und auch die Arbeit, die sie leisten. Und die, die leisten ja genauso viel oder mehr als andere und das ist halt mega schön zu sehen. Weil J-Lo, die war halt am nächsten Tag und die ganze Woche und alles ausgebucht und hatte, der einzige freie Tag war der, an dem wir das Video gedreht haben. Und am nächsten Tag hatte sie irgendwie, ähm, so eine Serie Shades of Blue damals aufgenommen. Und dann musste sie umsack wieder aufstehen und wir waren im Trailer. Wir haben voll lange gewartet, weil die letzte Szene konnte nicht gedreht werden leider, weil eine von den Lichtern ist dann kaputt gegangen. Und wir haben keinen Ersatz gefunden in dem, in dem Tag. Und es war schon zwei Uhr morgens. Und sie hat dann auch, sie war halt immer noch da, hat gewartet bis irgendwie das, ähm, hat natürlich ein bisschen Stress gemacht natürlich. Und so, hey, ihr Manager, hey, Benni. Und ihr Manager heißt auch Benni, meine hast auch Benni. Und dann war so, Benni, ich muss irgendwie, morgen muss ich um sechs aufstehen, weißt du, bis wann wollen wir denn hier chillen? Und es war dann, es war schon irgendwie, aber sehr cool zu sehen, wie sie, also sie hat mich sehr gut aufgenommen. Und, ähm, ja, es war, es war krass, weil es war natürlich mein Song, aber sie, sie war der Feature, aber gefühlt war sie halt immer so, in dem Moment hat sich alles erobert. Sehr präsent. Ja, natürlich, ne? Und, ähm, ich war sehr unsicher in der Zeit noch. Ich wusste gar nicht, wie das läuft und irgendwie, ich habe davor, ich habe davor Keyboard gespielt, ähm, mit meinem Bruder in der Band, er war der Sänger und ich war nicht der Liedsänger. Und deswegen war es für mich das erste Mal, wo ich als Solo-Künstler was rausgebracht hatte und dann war ich halt nicht ready für J.Lo eigentlich. Also es war halt, also keiner wäre das gewesen in dem Moment. Ja, klar! Ja, klar! Ja! Ja!